Am letzten Februarwochenende trafen sich eine Musikantin und neun Musikanten in Benndorf am Rhein in der Nähe von Koblenz zu einem Keyboard-Workshop. Von Samstagmittag bis Sonntag wurde das PSR S970 intensiv erforscht. Schwerpunkt war der Einsatz des Registration-Memory, also der Möglichkeit, komplette Einstellungen des Keyboards für jedes Musikstück abzuspeichern. Schnell war es 19 Uhr und das gemeinsame Abendessen im Hotel Rheinblick stand an. Es wundert nicht, dass schon kurz nach dem Abendessen alle Teilnehmer wieder im Seminarraum waren. Da spielten dann einige Musikanten auf, es wurde gefachsimmelt und vor allem wurden Erfahrungen ausgetauscht. Und das war mit einem Gläschen Bier in der Hand auch sehr einfach. Am Sonntagmorgen saßen tatsächlich alle Musikanten bereits eine Stunde vor dem eigentlichen Beginn des Workshops wieder an ihrem Keyboard. Am Sonntag stand die Anpassung von Stiles und der Austausch von Begleitspuren in den Stiles auf dem Programm. Viel zu schnell war die Zeit um und die teilweise weite Heimreise der Musikanten stand an. Mir hat es ganz viel Freude bereitet, diese netten Menschen kennenlernen zu dürfen, die allesamt mit Begeisterung bei der Sache waren.